So, Hallöchen, ich habe mal wieder was Neues auf meinem Blog geschrieben und lese das jetzt vor. Wie würdest du sterben wollen? Wie würdest du sterben wollen, wenn du unheilbar krank wirst und schlimme Schmerzen hättest? Einige schwer erkrankte Menschen, Vereine und auch Ärzte und Ärztinnen haben heute erfolgreich gegen den Paragrafen 217 geklagt. Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe hat dieses Gesetz gekippt. Ein Auszug aus dem Strafgesetzbuch, Paragraf 217, ist die geschäftsmäßige Förderung der Selbsttötung. Und Zeile 1 daraus, während der Absicht, die Selbsttötung eines anderen zu fördern, diesem hierzu geschäftsmäßig die Gelegenheit gewährt, verschafft oder vermittelt, wird mit einer Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Was genau das bedeutet, davon sind die Medien gerade voll. Ich habe auf meinem Blog einen Link vom Spiegel und auch der Tagesschau verlinkt. Aber du wirst mit Sicherheit auch noch andere Seiten und Portale finden, die sich dazu äußern und die das genau erklären. Und ich lese dir jetzt mal vor, was ich dazu geschrieben habe. Ich persönlich bin der Meinung, dass Gott Anfang und Ende bestimmt. Dass er der ist und der sein sollte, der bestimmt, wann wir auf die Welt kommen und wann wir sie verlassen werden. Doch der Mensch greift immer mehr in diesen göttlichen Ablauf ein. Demzufolge ist das, was heutzutage geschieht, viel zu häufig ein verlängertes Sterben. Ein unnötig verlängerndes Leben? Oder sollte ich doch eher Leiden sagen? Denn wie viel Leid verträgt ein Leben? Ist der Tod denn wirklich so furchtbar, dass wir zwanghaft Menschen am Leben erhalten möchten? Und sei es nur, um ihre Lebenszeit einige Monate, Wochen und Tage zu verlängern? Tun wir das dann für den Menschen? Oder doch lieber für uns, um der Angst vor dem Loslassen zu entkommen? Was für ein aussichtsloser Kampf. Ich bin voller Fragen, Zweifel, Gedanken. Ich habe auch Ängste. Ich möchte nicht pauschalisieren. Das wäre nicht richtig. Ist es dennoch erforderlich? Ich hoffe, die Politik und jeder einzelne Mensch wird mit seiner persönlichen Geschichte, soweit dies eben möglich ist, individuell angeschaut. Und wenn schon, dann bäh und nicht fair urteilt. Ich kam vor mehr als 30 Jahren viele Wochen zu früh auf diese Welt und wäre ohne medizinische Hilfe sicher nicht lebensfähig gewesen. Ob ich die Epilepsie daher habe? Keiner weiß es. Ich jedenfalls bin dankbar für mein Leben. Ja, ich liebe das Leben, bis auf wenige Momente. Doch wäre ich auch dankbar und glücklich, wenn ich durch die medizinischen Möglichkeiten, die mir das Leben schenken, nun schwerst mehrfach behindert wäre? Ich weiß es nicht. Medizin ist ein Segen, doch Medizin kann sicher auch ein Fluch sein. Wenn der sogenannte Gott in Weiß sich wirklich aufmacht, Gott zu sein. Sollten wir Grenzen setzen? Herztransplantation ist noch okay, aber sobald wir einen Kopf auf den eines anderen Körpers pflanzen wollen, das sollten wir mal lieber lassen. Und ich habe noch einen lesenswerten Artikel von der Welt hier geteilt. Der ist auch verlinkt. Der Artikel heißt, Und ich lese weiter, was ich geschrieben habe. Aber ich deutete eben auf wenige Momente in meinem Leben hin, in denen ich das Leben nicht liebte. Es war aufgrund von seelischen Belastungen und Erkrankungen. Wollen wir auch da abwägen? Es ist so unheimlich schwer, all diese Fragen zu beantworten und eine Richtlinie zu finden. Denn um eine Richtlinie geht es letztendlich. Der Liebeskummer eines 14-Jährigen ist sicher kein Argument. Die rasant fortschreitende Krebserkrankung einer 40-Jährigen schon eher. Wonach richten wir uns? Jeder von uns hat die Möglichkeit, seinem Leben ein Ende zu setzen. Und ehrlich gesagt, ich verrate dir jetzt sicher auch kein Geheimnis, im Internet findest du alles. Gesetzlich gesehen geht es nur darum, wie einfach bzw. beschwerlich es einem gemacht wird, sich das Leben zu nehmen. Wenn man nur schwerst krank ist und unter Schmerzen leidet, sollte man diesen Menschen entgegenkommen? Fakt ist, jeder Mensch ist wertvoll, vom Anfang bis ans Ende seiner Tage. Und mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit auch darüber hinaus. Denn es ist meine Überzeugung, dass es Wissen nicht mehr gibt, als das, was wir sehen. Und das nach dem Tod der Himmel auf uns wartet, wenn wir Ja zu Gott sagen. In Johannes 14, Vers 6 steht, Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Das ist ein Zitat von Jesus. Vor einigen Jahren hatte ich durch meinen Blog Kontakt zu einer schwer kranken Frau. In einer ihrer letzten Mails an mich schrieb mir Gabi, Ich hatte lange Zeit panische Angst vorm Sterben. Doch durch all das, was ich in den letzten Wochen auf deiner Seite durch dich und andere gelesen habe, habe ich es gewagt und das erste Mal in meinem Leben mit freiem Herzen zu Gott gesprochen. Ich bekomme noch heute Gänsehaut und Tränen in den Augen, wenn ich das lese. Weil es mir zeigt, dass es Gott gibt, dass Gott Ängste ganz klein machen kann und dass er eine Sehnsucht im Herzen der Menschen weckt. Nur wenige Tage nach dieser Mail schrieb mir Gabis Mann, dass es ihr mittlerweile so schlecht geht, dass sie kaum noch wache Momente habe. Sie sei dabei so friedlich, schreibt er. Noch vor einigen Wochen war sie aggressiv und wütend und jetzt ist sie relaxed und meinte gestern Abend, sie wäre jetzt soweit. Egal in welcher Lebenssituation wir stecken, es lohnt sich die Hoffnung nicht aufzugeben und sich an Gott zu wenden und mit seiner Hilfe zu rechnen. Zu jeder Zeit und in jeder Stunde, so schwer sie auch ist. Und ganz häufig erlebe ich Gottes Hilfe durch Menschen. Menschen, die mir nahe stehen und die er mir in bestimmten Situationen schickt. Auf jeden Fall sage ich klar und deutlich Ja zur Fütterung der Palliativmedizin und den Bau von Hospizen. Und wenn du dies ebenfalls unterstützen möchtest, dann findest du Gelegenheit unter www.palliativstiftung.de Und es gibt auch andere Seiten, wo du dich informieren kannst. Also ich denke, wir sollten heute, auf jeden Fall heute, nicht nur heute, ein Trinken auf das Leben und wir sollten das Leben feiern und zu schätzen wissen. Bis zum nächsten Mal. Deine Mandy. Deine Mandy. Deine Mandy. Deine Mandy. Deine Mandy.